Kann ich dir helfen? Ja, du kannst. Was willst du? Um. Wir haben das Hackfleisch für 1,99 Euro pro Pfann. Ich. Und wir haben der Fisch für 2,99 Euro pro Pfann. Toll. Wir haben das Hackfleisch für 1,99 Euro pro Pfann. Kann. Wir haben das Ei für 1,99 Euro pro Pfann. Wie kann ich dir helfen? Ich will das Hackfleisch, der Fisch, die Wurst und das Ei. Bist du ein Rot? Ähm. Was sage ich? Sei still! Herr. Tag. Wir haben ein Rot-Konkur-Sens. Ein Rot-Konkur-Sens. Tschüss! Und das ist Wie tun es? Aus-Tun-Konkur-Sens seit heute. Anruf 8 0 7 4 5 3 9 6 4 6 Wir sind Gilligan. In 2 0 1 5. Not a real address in not a real city. Stunden. Am Sonntag waren 12 Uhr bis 5 Uhr. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag waren 8 Uhr bis 8 Uhr. Am Freitag waren 8 Uhr bis 12 Uhr. Am Sonntag waren 6 Uhr bis 12 Uhr. Kommen Sie nach Skippy Chop Shop Mexikarai. Wo ist die Lebensmittel? Wir sind aus dem Geschäft. Paul, ich habe dein Job zu Hause. Aber das ist so.